Der Unterschied in der Größe, aber die Startnummer 92 sind halt gleich im nächsten Finale. Finale Frauen Fitnessfigurklasse 1. Jeder auch mal darüber lächelt. Die Topathletinnen, die sich durch die Vorrunde gekämpft haben. Und jetzt da ihre. Ihr macht das so süß. 14. Juni nach rechts. Jawohl. Seite. Perfekt. Wunderbar. Top Mädels. Präzif. Drückenhansicht. Heute noch. Stehen. Stehen. Ja. Brutal. Seitenhansicht. Jawohl. Rechte Arm, bisschen nach links, Karo. Ja, besser. Eindrehen, nee da. Und nach vorne zur Grundausstellung. Stellen. Hinschnell. Okay. Beine. Ach so, oder das ja. Geht jetzt. Geht jetzt. Macht, was ihr wollt. So, dann stellen wir jetzt mal die Finalistinnen auch vor. Mit der Stadt Nummer 72, die Dorothee Maas vom Classic Gym Dortmund. Mit der Stadt Nummer 74, Neda Assa Khan vom Weltgraf Fitness Fritzlar. Mit der Stadt Nummer 76, die Jenny Vogt von der Nutrition Lounge Hamburg. Und mit der Stadt Nummer 78, Christine Carlos von BB Sportnorm, Ludwigshafen. Mit der Stadt Nummer 81, Sanita Bahadon von Lufthensburg, Tensberg. Und die Stadt Nummer 82, Karolin Käse vom Team ESPT Wienstadt. Ja. Jetzt sind wir eben nach rechts. Und jetzt lächeln, ganz wichtig. Dann aufmachen, jawohl. Toll, Mädels. Wundermachen, Christine. Seifenansicht. Eindring, Christine. Ja, so, super. Frontansicht. Vielen Dank, meine Damen. Es war das Finale in der Kategorie Fitnessfigur bis 1,65 Meter. Bitte hintere Bühne bereithalten für die Siegerehrung.